hallo zusammen skylam hat heute ein neues feature zu luminar vorgestellt und zwar die vorlagen was die vorlagen genau sind das möchte ich dir in diesem video zeigen viel spaß beim zuschauen zuerst einmal in luminar wird es drei möglichkeiten geben wie du ein bild bearbeiten kannst da wäre zum einen eine ki geführte bildbearbeitung hier übernimmt die künstliche intelligenz von luminar die komplette arbeit dann haben wir noch eine ki unterstützte bildbearbeitung hier hast du vollen zugriff auf die regler allerdings wird dir hier luminar vorschläge machen die du dann nutzen kannst um dann im nachgang auch noch feinarbeiten daran auszuführen oder die dritte variante das ist unsere traditionelle bildbearbeitung hier kannst du die tools von luminar nutzen und eine bildbearbeitung selbst durchführen was sind jetzt diese vorlagen die skylam hier als neues feature vorgestellt hat meiner meinung nach sind vorlagen eine weiterentwicklung der preset nicht in der form ich nutze preset x und luminar passt das preset dem bild mit entsprechenden regler einstellungen an das wäre natürlich toll aber leider ist das nicht so was ich meine ist dass luminar eine vorlage vorschlägt die aufgrund einer bildanalyse durch 3d tiefen kartierungs und segmentierungstechnologien eine passende vorlage vorschlägt und weitere zur auswahl bereithält skylam schreibt dazu sobald du ein bild in luminar öffnest wird das bild direkt auf deinem computer auf das motiv in analysiert ein intelligenter assistant kann eine perfekte vorlage für deine bearbeitung vorschlagen abhängig vom bild kann luminar eine vorlage vorschlagen die am besten funktioniert wenn du zum beispiel eine person fotografiert hast werden vorlagen vorgeschlagen die sich am besten für porträts oder gruppen fotos eignen wenn du ein foto deines haustiers hast wird es eine vorlage vorschlagen die am besten für tiere oder tierwelt geeignet ist und für landschaften erhältst du eine großartige vorlagen empfehlung die dir hilft alle details der szene hervorzuheben mit vorlagen kannst du in kürzester zeit ein gewünschtes ergebnis erzielen wie das in der praxis funktioniert dazu schreibt skylam als erstes willst du eine der empfohlenen vorlagen oder willst eine von den dutzenden von weiteren vorlagen die in zusammenarbeit mit professionellen fotografen erstellt worden die jetzt ausgewählte vorlage kannst du in ihrer gesamten intensität einfach etwas zurücknehmen oder aber weiter bearbeiten um deinen eigenen einzigartigen look zu erschaffen du kannst deine einstellungen und anpassungen jederzeit speichern um eine neue vorlage zu erstellen mit den vorgefertigten oder selbst erstellten vorlagen kannst du ganzen bilder serien einen einheitlichen look geben vorlagen sollen es dir ermöglichen schneller zu ergebnissen zu kommen und dich inspirieren deiner kreativen fantasie freien lauf zu lassen was ich von dem neuen feature halte das habe ich ja schon in meiner einleitung gesagt ich finde es ist eine erweiterung der presets mich würde jetzt mal interessieren was hältst du von diesem neuen feature das kannst du mir gerne mal unten in die kommentare schreiben ich möchte jetzt noch einen blick auf ein bild werfen das skylim zur verfügung gestellt hat und zwar sehen wir hier wohl die oberfläche der vorlagen und ich finde hier kann man ganz gut sehen skylim hat ja gesagt dass luminar im hintergrund das bild analysiert und dann ein maßgeschneidertes also ein perfektes eine perfekte vorlage für dieses bild dann vorschlägt und die sehen wir hier ich denke dass das diese maßgeschneiderte vorlage sein wird und hier drüber sehen wir die alternativen also das ist ja auch etwas was skylim gesagt hat dass wir eine maßgeschneiderte vorlage bekommen aber auch noch alternativen also andere zur auswahl was man hier auch sehr gut sieht dass wir hier die möglichkeit haben auf etwas drauf zu klicken wo wir dann alle creative landscape vorlagen sehen außerdem haben wir hier oben das kann ich noch nicht so ganz zuordnen ob das ein einzelnes template oder eine einzelne vorlage ist oder ob sich hier hinter weitere vorlagen verbergen das wird sich wahrscheinlich erst zeigen wenn es dann eine beta gibt und man diese beta vielleicht auch testen kann was mir aber schon mal auffällt ist dass ich das gefühl habe dass das programm noch schlichter gehalten werden soll also noch schlichter wie eigentlich lumina 4 das sehen wir auch daran dass wir hier oben eigentlich nur noch insgesamt also fünf buttons haben wir haben hier dieses plus wo wir wahrscheinlich ein einzelnes bild nach lumina laden können hier haben wir den katalog dann habe ich hier neben die vorlagen dann haben wir den normalen arbeitsbereich wo wir unsere bilder selber bearbeiten können und hier haben wir die möglichkeit die bilder dann auch noch zu veröffentlichen das wird uns wahrscheinlich erst die zukunft zeigen sobald dann darüber mehr informationen zur verfügung stehen werde ich euch natürlich darüber auch wieder informieren kann man dann auch noch zur neuen preisgestaltung etwas bekannt gegeben und zwar ab dem ersten oktober startet lumina für 64 us dollar für eine lizenz ich gehe davon aus dass das ganze dann auch für 64 euro zu haben ist als treuer rabatt für lumina oder aurora hdr kunden für neukunden kostet lumina ab dem ersten oktober 74 us dollar für eine lizenz in dem falle 74 euro für eine lizenz alle vorbestellungen beinhalten zugang zur lumina insider community dort veröffentlicht die neuesten nachrichten über lumina seine funktionen und andere exklusive inhalte die sonst nirgendwo zu finden sind ich bin am ende des videos angekommen ich hoffe dass dir diese neuen infos zu lumina gefallen haben wenn ja würde ich mich sehr darüber freuen wenn du dem video ein daumen nach oben da lassen würde ist ist das jetzt das erste video was du dir von mir anschaust würde ich mich sehr darüber freuen wenn du den kanal abonnierst und die infoglocke aktiviert jedes mal wenn dann ein neues video veröffentlicht wird von mir bekommst du eine information darüber bist du auf den geschmack gekommen und möchtest ebenfalls mit lumina arbeiten dann kannst du dir das ganze vorbestellen den affiliate link dazu findest du auch in der video beschreibung affiliate link bedeutet du musst nicht mehr für das programm bezahlen ich bekomme aber eine kleine provision von skylam wenn du über meinen link dir das programm zu legst auf diese art und weise kannst du mich und meine arbeit hier auf dem kanal ein klein wenig unterstützen ohne dafür noch mal extra in tasche greifen zu müssen ich sage danke schön danke schön fürs zuschauen ich hoffe du guckst auch mal bei meinen anderen videos vorbei und wünsche dir einen schönen tag einen schönen abend oder einen guten morgen und ich würde mich sehr freuen dich im nächsten video wieder begrüßen zu dürfen